... in der Nachtarbeit. Denn für die Mitarbeiter der Universität gibt es so gut wie keine Unterbrechung. Ihre Arbeitswoche beginnt wie gewohnt morgen. Neu ist nur die Umgebung. Zum Sport jetzt in Wien heute während Rapid, heute Ruhetag hat, bereiten sich die Violetten schon auf ihren großen Champions-League-Auftritt morgen vor.